An den Rücken steht auch, dass Sie mich eingeladen haben und ich danke auch euch allen, die hier heute in der Kunde gehen und hier gekommen seid. Falls der normale Bürger wüsste, wie Navia im Dritten die nuklearen Weltkrieg und damit der Vernichtung der Menschheit steht, dann wären heute wahrscheinlich noch mehr Leute hier. Aber zum Glück wachen doch immer mehr Deutsche jetzt auf, nachdem die Bundesregierung die Lieferung von Leopard-Kampfkontrakt an die Ukraine beschlossen und sich unsere Weltwirtschaftsforum-Außenministerin für Deutschland, Annalena Gerber, bereit für den Großen im Krieg befindet, ohne einen Auftrag davor von dem Bundestag gekommen zu haben. Wie schon gesagt, am 15. bis 19. Februar ist hier wünscht die Sicherheitskonferenz und wir müssen bis dahin mehr Bürger für den Widerstand gegen Krieg gewinnen. An den USA findet am 19. Februar in Washington eine zentrale Grundgebung und in den USA weitere lokale Grundgebungen gegen Krieg statt. Dort wird auch meine Kollegin Dain Seher sprechen, die letztes Jahr in New York für den Senat kandidiert hatte. Meine Mitstreiterin der USA ist es gelungen, linke und konservative Gruppen für eine gemeinsame Grundgebung in Washington zu gewinnen. Der Chef der People's Party, Nick Farmer und Angela McArdle, Vorsitzende des Libertarian National Committee, haben am letzten Samstag gemeinsam bei einer Internetkonferenz des Schiller-Instituts ihre Gründe für ihre gemeinsame Grundgebung am 19. Februar in Washington erläutert. Mehr zu dieser Grundgebung, wie gesagt, unter Rage Against the War Machine. Der Grund für den Krieg in der Ukraine liegt nicht dort, sondern in der Vorstellung einer unikularen Weltordnung, die sich selbst auch als ehemalierte Ordnung bezeichnet. Diese Regeln macht aber nicht die UNO, sondern die privaten Finanzinteressen, die die NATO und ihre Länder zur Durchsetzung ihrer Machtinteressen benutzen. Bereits der erste Generalsekretär der NATO, der Brindler ISB, bezeichnete die Aufgabe der NATO daher, die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die deutschen Kunden zu halten. Die Rolle, die die Briten in der NATO zur Verhinderung von Frieden und Entwicklung in der Welt spielen, wurde jüngst offen gelegt, als der frühere israelische Krimier Bennett bekannt machte, dass es die Briten waren, die seine Friedensverhandlungen um Gebühren Anfang 2022 verhindert hätten. Boris Johnson war es ja auch, der war will, die Friedensverhandlungen in Nislaminien favoritierte. Es waren auch die Briten, die zuerst den ukrainischen Kampfpanzern versprachen und die sich jetzt für die Liedkunden von Kampfjets stark machen. Es sind irre Verbündeten in den USA, die Neoliberalen, die die Neokonservativen als ihre Kampfhunde gegen jeden von der Leiter lassen, der sich für die Souveränität der Staaten und gegen die unipolare Finanzkrise davor ausspricht. Warum zieht der Westen in Russland und China einen Gegner, der vernichtet werden muss? Der Grund ist ernst, der drohende Kollaps des transatlantischen Finanzsystems, der unbegrenzten Spekulationen und der neokolonialen Politik der Finanzmafie an London und New York gegen die Mehrheit der Menschheit des globalen Mütens. Und zweitens die Tatsache, dass sich Russland und China gegen die unipolare Diktatur stellen und immer mehr Staaten mit ihnen und nicht im Westen zusammenarbeiten wollen. So schließt sich der globale Süden jetzt Organisationen wie den Drittstaaten oder der Schanghaier Organisationen für Zusammenarbeit und anderen regionalen Zusammenschlüssen an, die niemanden ausschließen, der für die gemeinsamen Interessen der Menschheit von Frieden und Entwicklung steht. Schon 1967 hatte Papst Paul der Hexte in seiner Enzyklika Populorus Progressio über den Fortschritt der Völker erklärt, dass der neue Namen für Frieden Entwicklung heißt. Er wollte die sogenannte Erste Welt bewegen, sämtlich die Armut und Brüderentwicklung der sogenannten Dritten Welt durch massive Investitionen in die Infrastruktur und Bildung der Menschen dort beendet. Jetzt arbeiten die Britzstaaten an einem neuen Weltfinanzsystem, bei dem die Währungen an die Realwirtschaft gekoppelt sind und man wieder in national Währungen wandelt. Herbie Klaziers von der Eurasischen Wirtschaftsunion und Professor Wang Ben und der chinesischen AKB der Wissenschaften konzentrieren dieses neue Weltfinanzsystem nach den Ideen des 2019 verstorbenen Lüttler Rusch, dessen Ehefrau die Vorsitzende des Schiller-Instituts ist. Bereits seit 2013 investiert China im Rahmen der neuen Seidenstraße in die Infrastruktur der Länder Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und dem Rest der Welt. Dadurch gibt es jetzt endlich für die Länder der Dritten Welt eine Chance, ihre Unterentwicklung und ihren kolonialen Status zu beenden. Sie wenden sich deshalb vom Westen ab, lassen sich auch nicht in den Ukraine-Krieg oder die Sanktionen gegen Russland hineinziehen und wollen sich stattdessen den Britz anspielen. Selbst früher den USA und großbritannien ergebende Länder wie Saudi-Arabien wollen nun das sinkende Schiff des Westens verlassen und Teil der Britz und damit der Idee der Zusammenarbeit zu beiderseitigem Interesse werden. Unser Kanzler Scholz wusste vor einigen Tagen, und bei seiner Besuch in Brasilien erleben, dass Brasilien mehr Föderität als Deutschland besitzt. Und die Föderung von Scholz nach einem Beitritt Brasilien in dessen Klimaklub und Sanktionen gegen Russland zurückwies. Stattdessen sprach sich Präsident Lula für einen Friedensklub aus. Brasilien kündigte an, 20 große Staaten der Welt dafür gewinnen zu wollen. Nach dem Finanzkart von 2008 hat er mal die G20 geschafft, um mit der Finanzkrise umzugehen. Jetzt braucht man eine G20 für Friedensverhandlungen. Das Schiller-Institut unterstützt auch das Angebot des aktuellen Papstes Franziskus, den Vatikan für bedingungslose Friedensverhandlungen zur Verfügung zu stellen. Warum wird in Deutschland in den Medien und der Politik so wenig darüber berichtet und diskutiert? Sind die Führungspersönlichkeiten in unseren Institutionen noch größer untertan als der sogenannte kleine Mann der Straße? Oder ist dort nur die Korruption am größten? Wahrscheinlich trifft beides zu. Diesem von Brasilien geplanten Friedensklub sollte sich auch Deutschland anschließen, nach wie der deutsche Panzer an die Ostfront zu schicken. Außerdem sollte sich Deutschland für eine globale Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur einsetzen, in der die Interessen aller Länder berücksichtigt werden. Unsere Vorsitzende des Schiller-Instituts, Helga Fettner-Rusch, hat deshalb jüngst, Themenprinzip wird für dieses neue Paradigma der Zusammenarbeit veröffentlicht. Ich möchte aus diesem Aufruf hier zitieren. Den gesamten Aufruf können Sie von mir bekommen oder auf der Webseite des Schiller-Instituts finden. Punkt 1. Die neue internationale Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur muss eine Partnerschaft vollkommen souveräner Nationalstaat sein, die sich auf die 5 Prinzipien der friedlichen Koexistenz und die UN-Körper schützt. 2. Absolute Priorität muss die Linderung der Armut in jedem Land der Erde haben, was leicht möglich ist, wenn die vorhandenen Technologien zum Nutzen des Gemeinwohls eingesetzt werden. Punkt 5. Das internationale Finanzsystem muss so umgestaltet werden, dass es produktive Kredite zur Erreichung dieser Ziele bereitstellen kann. Ein Bezugspunkt kann das ursprüngliche Brennungssystem sein, wie es von Roosevelt geplant war, aber wegen seines Lütenquotes, die umgesetzt werden, sowie die von Lütenquotes vorgeschlagenen Tiergesetze. Vorrangiges Ziel eines solchen neuen Benutzsystems muss sein, den Lebensstandard insbesondere der Nation des globalen Südens und der Armen des globalen Norden rastisch zu erhöhen. Und jetzt der Punkt 10. Die Grundannahme des neuen Paradigmas ist, dass der Mensch grundsätzlich Mut ist und Fee, die Kreativität seines Geistes und die Schönheit seiner Seele unendlich zu verfolgen kommt und dass er die am weitesten entwickelte geologische Kraft im Universum ist, was beweist, dass die Gesetzmäßigkeit des Geistes und die physischen und die des physischen Universums in Übereinstimmung und Koalition steht und dass alles Böse das Ergebnis eines Mangels an Entwicklung ist und daher überwunden werden kann. Dieser letzte, zehnte Punkt ist in der heutigen Welt sicher der provokativste und man kann darüber mit mir auch noch diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir am 18. P.V. mehr noch sein werden und dass bis dahin Sie alle Gründen leiten.